Hallo meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Ja, ihr wisst ja Bescheid, ich habe mich von den ganzen Verschwörungstheorien und so abgewendet. Ich stehe jetzt 100% hinter den Öffentlich-Rechtlichen und hinter dem Staat und guck mal, was ich hier gefunden habe. Präsident des Verfassungsgerichtshofs warnt vor Corona-Sonderrechtsregime. Das würde ja praktisch nahelegen, dass unsere Politiker kriminell sind. Bulltoleranz an der Stelle. Aber hallo, ey, unsere Politiker wollen doch nur das Beste für uns. Ja, ganz klar. Und bevor wir uns diesen Bericht jetzt mal ein bisschen angucken, da wollte ich noch erstmal mit diesen ganzen Verschwörungstheorien hier aufräumen. Einmal ein kleiner Faktencheck. Also dieser Oberverschwörungstheoretiker, das ist ein weltweit angesehener Wissenschaftler, Johannidis, aus der Stanford University, der hat so Studien zusammengefasst, wie gefährlich eigentlich Covid ist. Und so im Großen und Ganzen kommt dabei raus, dass es eigentlich genauso ist wie eine Grippe. Und ey, und das ist ja, es grenzt so an, ey, das ist so eine Verschwörungstheorie. Also ihr könnt euch das gerne mal durchlesen. Ich verlinke auch alles wirklich unten drin, dann könnt ihr das mal alles selber recherchieren. Aber ist auf jeden Fall krass. Guck mal, und wenn wir jetzt hier zum Beispiel bei Statistika gucken, ne? Ja, also wenn man da so die letzten, sagen wir ab 1. Juli guckt und dann 1. Juli waren ungefähr 9.000 Tote. Und jetzt, sagen wir 110 Tage später, 9.960. Das heißt, 960 sind ungefähr dazugekommen. Das würde ja heißen, pro Tag 8 Tote durch, entweder mit oder an Covid gestorben. Und in Amerika, CDC hat ja gesagt, okay, nur 6% sterben wirklich an dem Coronavirus und nicht an den ganzen Nebenerkrankungen und so weiter und so fort. 6% in Italien gab es Studien, 12% keine Ahnung. Auf jeden Fall, sagen diese Verschwörungstheoretiker, sagen dann, es stirbt ja nicht mal eine Person pro Tag wirklich an Covid. Hallo, da kann man doch nicht das ganze Land zuschließen. Aber ey, wisst ihr, warum das so eine krasse Verschwörung? Hier jetzt mal ein Faktencheck, okay? Statistika habe ich nämlich herausgefunden. Der Geschäftsführer, ne? Hat eine Tochter und die geht mit ihrem Hund spazieren. Und der Hund hat eine Hundefreundin. Und das Härchen davon ist AfD-Wähler. Könnt ihr euch das vorstellen? Ganz klare Verstrickung hier mit der AfD. Ich würde niemals auf solche Verschwörungsportale hier zurückgreifen und solche Rechtsextremisten hier noch supporten. Also auf keinen Fall. Und dann schwören auch noch so andere Bilder im Netz rum. So von wegen hier in den letzten vier Monaten 115.000 Tote durch Herzkreislauf, hier durch Krebs 76.000, aber Covid nur 427 nur. Hallo, habt ihr keinen Respekt vor den Menschen? Das sind 427 einzelne Leben, die auch eine Familie hatten. Wie egoistisch seid ihr eigentlich? Hallo? Ey, es ist doch klar, dass 50.000 Krebsoperationen abgesagt werden. Wollt ihr die hier opfern? Unverantwortlich. So, und dann hier immer solche Schablonen fliegen dann überall rum. Und dann heißt es da irgendwie, neue Studie von der WHO, nur 0,23 Prozent. So, das ist so ähnlich wie bei einer Grippe und so. Und hier Drosten hat ungefähr 20 mal höher geschätzt. Ey, diese 427, ne? Wie respektlos. Natürlich schließen wir dann das ganze Land ab. Ist doch wohl klar, oder nicht? Ha, unfassbar. Und auf eine Sache muss ich ganz schnell noch hinweisen. Da hier Kanäle ohne Ende gesperrt werden und auch deutsche Kanäle jetzt betroffen sind, müsst ihr mir unbedingt alle sofort auf Telegram folgen und unbedingt auch in meinem Newsletter, also in der Free-Tour anmelden. Selbst wenn ihr euren Traumkörper nicht haben wollt und selbst wenn ihr nicht gesund sein wollt, meldet euch trotzdem hier an, weil dann habe ich eure E-Mail-Adresse und dann kann ich im Zweifelsfall, falls diese ganzen anderen Kanäle hier geblockt werden, kann ich euch immer noch erreichen. Deswegen kommt schon mal bei Telegram rein, hinterlasst eure E-Mail-Adresse hier, dann können wir immer, kann ich euch immer weiter Informationen geben. Aber jetzt kommen wir zu diesem Bericht, der ja nahelegt, dass unsere Politiker kriminell sind. Und das ist ja wohl das Letzte, was sein kann. Also kriminelle Politiker habe ich praktisch noch nie gesehen. Die im Sinne der Pharmaentscheiden und Lobbyisten sind. Also, was? Guck mal, er sieht schon so aus wie ein Verschwörungstheoretiker. Unfassbar! Die Kritik an dem stetig totalitärer agierenden Corona-Staat Deutschland werden immer zahlreicher und hochkarätiger. Jetzt hat der Chef des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, Lars Brocker, der Politik ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Der Top-Jurist spricht ganz offen von verfassungswidrigen Corona-Verordnungen der Bundesregierung. Schul-Toleranz an der Stelle. Ha, krass. Verfassungswidrig und Corona-Sonderrechtsregime lauten die jüngsten Vorwürfe gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Doch während die Nachrichtensendung nun gefühlt jedes neue Telegram-Posting von Schlagerstar Michael Wendler zur Nachricht hochstilisieren, herrscht zur verfassungswidrigen Corona-Politik der Kanzlerin hingegen großes Schweigen. Hier, von der SED in die Merkel-Diktatur. Boah, das sind schon schwere Vorwürfe hier, ne? Also, seit der Corona-Krise, die gezielt durch Politik und Medien mit einer perfiden Angst- und Panikkampagne befeuert wird, scheint die Kanzlerin ihrer sozialistischen Agenda vollkommen freien Lauf zu lassen. Reiseverbote, selbst innerhalb Deutschlands, die sogenannten Beherbergungsverbote, die auch von irgendwelchen Verfassungsgerichten gekippt wurden. Hallo, könnt ihr Merkel mal bitte freien Lauf lassen? Aufrufe zur Denunziation von Mitbürgern und eine permanente Diffamierung und Kriminalisierung von Oppositionellen und Kritikern als Covidioten, ja, ihr seid ja auch Covidioten, Rechtsextremen oder Verschwörungstheoretiker sind mittlerweile ein gängiges Machtinstrument der Bundesregierung und ihrer regierungskonformen Medien geworden. Auch Arzt, aber ich bin sehr, sehr weit von der praktischen Medizin weg. Kommen Sie nicht zu mir, wenn Sie krank sind. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen da helfen soll, ganz konkret. So, und da muss ich euch jetzt was zeigen. Hier, also in Essen, Stadtessen, da kann man jetzt Verstöße melden gegen die Corona-Schutzverordnung. Das heißt, das ist doch so geil. Dann kann ich meinen Nachbarn endlich anschwärzen. Also da kann man richtig die Art des Verstoßes auch so, also unzulässig. Oder wenn jemand mal die Maske unter der Nase hat, die wissen ja alle nicht, wie man die Maske trägt. Die wissen das nicht. Und dann kann ich das hier genau reinschreiben. Ha, Frau Schmidt hat die Maske unter der Nase getragen. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, ich freue mich so. Das ist richtig geil. Und ich glaube, man kann hier sogar irgendwo Fotos hochladen. Und Datenschutz, ach, warum haben die das denn hier drin? Das interessiert ja wohl hier überhaupt gar keinen, oder? Das ist mir scheißegal. So, Mann, gucken wir mal weiter. Günter Walter, Chef der FDJ-Gruppen am Akademieinstitut, sagt, Angela Merkel war Sekretärin für Agitation und Propaganda. Das hatte Merkel stets bestritten. Merkel sei schon damals zielbewusst gewesen und habe sich systemkonform verhalten. Von der SED in die Merkel-Diktatur. Die Parallelen zu Deutschland im Jahr 2020 sind so erschreckend, dass der Autor aus diesem Grund den Aufstieg Merkels und ihre Verbindung zu IMS und der Staatssicherheit ausführlich in seinem Bestseller Vorsicht-Diktatur untersucht und belegt hat. Der sozialistisch-totalitäre Staat konnte sich auch damals nur mit Bespitzelung, Denunziation, Zersetzung und Kriminalisierung der Opposition an der Macht halten. Wie erwähnt, hier die Stadt Essen funktioniert nun seine knapp 600.000 Bewohner kurzerhand zu Blockwarten um und stellt ihnen online ein Denunziationsportal zur Anschwärzung von Nachbarn zur Verfügung. Dort können Verstöße gegen die staatlichen Corona-Schutzverordnungen anonym an die Behörden weitergeleitet werden. Oh, das ist doch so schön, ey. Das ist doch so geil. Verlassen Sie sich nicht auf irgendwelche Professoren oder Doktoren, die nur, weil sie Mediziner sind, für sich beanspruchen, Ahnung von diesen Dingen haben. Die Nachbarsfrau trägt keine Maske, gegenüber findet ein Kindergeburtstag statt. Das Café an der Ecke bedient einen Gast mehr als erlaubt. Der Denunziation sind dort keine Grenzen gesetzt. Selbst Bilder, die ohne Zustimmung der Betroffenen gefertigt wurden, können dort anonym hochgeladen werden. Das liberale Urgestein-Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki sprach diesbezüglich von einem Denunziationsportal, das mit Sicherheit rechtswidrig sei und sofort gelöscht werden sollte. Warum soll denn sowas gelöscht werden? Das war doch damals auch so. Das war doch richtig erfolgreich damals schon. Ich glaube, wann war das? 1933 oder so? Keine Ahnung. So, Corona, Sonderrechtsregime statt demokratischer Gewaltenteilung. Noch schwerere Geschütze fährt der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, Lars Brocker, auf. Dessen Vorwürfe sind systemischer Natur und somit umso schwerwiegender. Der Verfassungsrechtler und damit Verfassungsschützer äußert fundamentale Kritik am ihren der Merkel-Regierung in der Corona-Krise. Wir befinden uns bereits im zehnten Monat des Berliner Corona-Regimes und trotzdem werden die Parlamente im Bund und Ländern bei der Verhängung selbst schwerster Zwangsmaßnahmen und Eingriffe in die Privatsphäre permanent übergangen. Statt zwingend, wie von der Verfassung und höchstrichterlicher Rechtsprechung vorgeschrieben, das Parlament einzubeziehen, hat die Bundesregierung ein Corona-Sonderrechtsregime installiert, so der Präsident des Verfassungsgerichtshofs. Seine exakten Worte lauten, seit Monaten formulieren Verwaltungsgerichte bundesweit in ihren Beschlüssen Bedenken gegenüber dem bislang weitgehend exekutiven Regelungsregime der Corona-Verordnung. Diese deutlichen Warnhinweise werden noch nicht hinreichend wahrgenommen. Ja, wir haben es ja mitbekommen, dass in dieser ganzen Corona-Zeit da die ganzen Verschwörungs-Bundesverfassungsgerichte und so immer wieder die guten Maßnahmen der Politiker einfach gekippt haben und sie für verfassungswidrig erklärt haben. Ja gut, aber ab und zu kriegen die Verschwörungstheoretiker halt auch mal einen Punkt, aber ich finde auf jeden Fall, wir sollten diese Marschroute der Politiker auf jeden Fall weiter verfolgen. Okay, gucken wir mal, was der Verschwörungstheoretiker hier noch so sagt. Er verweist auf erlassene Vorschriften der Corona-Rechtsverordnung, die womöglich von Verwaltungsgerichten von einem Tag auf den anderen kassiert werden, weil diese gegen den Parlamentsvorbehalt und damit gegen die Verfassung verstoßen. Die darauf folgenden Worte des Hüters der Verfassung bergen das Potenzial, eine schwere Regierungskrise bis hin zum Regierungssturz, zumindest in einer funktionierenden Demokratie, auszulösen. Das vom parlamentarischen Gesetzgeber abgekoppelte Sonderrechtsregime von Corona-Verordnungen gerät zunehmend in Konflikt mit den staatlichen Vorgaben der Verfassung, weil weiterhin allein die Exekutive handelt. Die Umgebung jemand infiziert. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Damit hält man das nicht auf. Können wir nochmal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut. Ja, der ganze Bericht ist natürlich verlinkt. Es verfestigt sich der Eindruck, dass ganz bewusst die Gesetzgebung durch den Bundestag missachtet und übergangen wird, weil der Bundesregierung die Verfassungswidrigkeit vieler ihrer Corona-Zwangsmaßnahmen bekannt ist. Ja, ganz klar. Das heißt, kurz gesagt, hier ist die Aussage in diesem Bericht, dass die Politiker, die diese Corona-Maßnahmen zu verantworten haben, sich verfassungswidrig verhalten und die das eigentlich auch wissen. Ich meine, es gab sehr, sehr viele verschiedene Beschlüsse von Bundesverfassungsgerichten aus verschiedenen Bundesländern, wo immer wieder gesagt wurde, das sind verfassungswidrige Anordnungen, die hier getroffen werden und die natürlich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. So, also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilt das natürlich gerne. Abonniert den Kanal natürlich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. 60% haben nicht den Kanal abonniert. So, einmal hier drauf drücken, abonnieren und dann auf die Glocke drücken und dann werdet ihr auch informiert. Aber folgt mir unbedingt auf Telegram, weil wir wissen alle nicht, wie lange das hier noch mit diesen ganzen Portalen so weitergeht. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Und natürlich, tragt euch hier ein, damit ich euch auch erreichen kann, wenn wir uns mal bei irgendeinem anderen Portal dann einnisten und ich da meine Videos hochlade. Deswegen, ganz wichtig, okay, teilt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rasiert den Like-Button, liked den Rasier-Button. Und bis dann, euer Coach Sessi. People aren't buying it, CNN, you dumb bastards. They're not buying it. Let me tell you something. Joe Biden is a criminal and he's been a criminal for a long time. And you're a criminal in the media for not reporting it.